Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es keinen klassischen V-Log wie die letzten Videos waren, denn ich habe mir überlegt jeden Tag dasselbe abzudrehen, wie ich dusche, wie ich esse, wie ich koche ist langweilig. Und deshalb möchte ich heute mal passend zum Thema und dem Projekt eine Woche vegan, vegane Fakten aufzählen. Dann würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Fakt. Und zwar ist es krebserregend, wenn man verarbeitetes Fleisch isst. Cholesterin und Fette aus Fleischerzeugnissen sind die Nummer 1 der Ursachen für Herzinfarkte und Schlaganfällen. Die Todesursache Nummer 1 in Deutschland. Kuhmilchkonsum steigert den Insulinspiegel, was wiederum das Krebswachstum erhöht. 50% des weltweiten Getreides werden an Kühe verfüttert. Wohingegen 800 Millionen Menschen hungern. Circa 50 Millionen männliche Küken werden im Jahr in Deutschland direkt nach der Geburt geschreddert. Über 54 Millionen Tiere landen im Jahr in Deutschland im Mülleimer. Täglich produzieren Rinder alleine in Deutschland 2,5 Milliarden Liter Methan. Ein Kleinwagen müsste die Welt 5,6 Millionen mal umrunden, um dieselbe Menge zu erzeugen. Es braucht durchschnittlich 8,5 volle Badewannen, um eine Neter Kuhmilch zu produzieren. Das waren 8 Fakten. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben hier. Abonniert mich da oben. Hiermit bin ich raus. Ciao. Ciao.